Willkommen bei Berlin Live. Mein Name ist Marcel Joppa. Schönen guten Abend. Die humanitäre Lage im Osten der Ukraine bleibt weiter angespannt. Zwar hält die Waffenruhe weitgehend, dennoch sprechen alle Beteiligten von, ja, noch einem weiten Weg zu einem dauerhaften Frieden in dem Land. Unser heutiger Gast setzt sich nicht nur für mehr humanitäre Hilfe ein, sie wirbt auch für mehr Verständnis für die Position der jeweiligen Gegenseite in dem Konflikt. Sie ist Mitglied für die SPD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und Vorsitzende des Bunds für Soziale Verteidigung, um nur einige Ämter zu nennen. Das sind Sie gerade nicht mehr. Das sind Sie gerade nicht mehr. Ach, Herr Jemini. Nun gut, aber dennoch bleiben sehr viele Ämter übrig. Ganz herzlich willkommen, Ute Fink-Krämer. Ja, vielen Dank. Frau Fink-Krämer, Sie sind überzeugte Pazifistin, was sich ja auch in Ihren zahlreichen Ämtern und Funktionen widerspiegelt. Ich habe da jetzt ja nur einige davon genannt. Ende Januar haben Sie in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats noch einmal auf die humanitäre Lage bedingt durch die Ukraine-Krise aufmerksam gemacht. Was war Ihr Appell? Mein Appell war, dass sich Russland und die Ukraine verständigen über die Verbesserung der Lage sowohl der internen Flüchtlinge innerhalb der Ukraine, als auch der Flüchtlinge, die nach Russland geflohen sind. Und meine Idee dabei war, dass man sich über Sachfragen in einem Konflikt oft besser einigen kann, als über etwa die Frage, wer den Konflikt vom Zaun gebrochen hat. Und dass die Situation der Flüchtlinge etwas ist, was beide Länder gleichermaßen trifft. Weil beide haben Schwierigkeiten damit, Flüchtlinge unterzubringen, Flüchtlinge zu versorgen, Flüchtlingenarbeit zu verschaffen und so weiter. Und Sie sagen in Ihrer Rede auch, Ihre Aufgabe als Parlamentarier sei es nicht, nur die Position Ihrer eigenen Regierung wiederzugeben. Wie haben Sie das gemeint? Das habe ich so gemeint, dass die Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates aus der Ukraine und Russland jeweils schauen sollen, wie sieht die Position der Gegenseite aus in dem Konflikt. Das habe ich auch unter dem Aspekt gemacht, dass sehr viele Menschen in der Ukraine Verwandte in Russland haben und umgekehrt. Und ich hatte vorher herausgefunden, dass das auch bei einem der russischen Delegierten zum Europarat zum Beispiel der Fall ist, dass er Verwandte in der Ukraine hat. Und das habe ich dann als Aufhänger genommen. Wie kann das praktisch aussehen, dass man dann mehr auf die Gegenseite auch schaut? Normalerweise in Dialoggesprächen, wie die auch in anderen Konfliktregionen gemacht werden. Man versucht, einen geschützten Raum zu finden. Das kann beim Europarat, das Gebäude des Europarates in Straßburg sein, wo dann eben Parlamentarier oder vielleicht auch andere Vertreter von beiden Seiten eingeladen werden. Bei der OSZE ist es gemacht worden, in Wien, in den Räumen der OSZE, dass die russischen und die ukrainischen Vertreter für die parlamentarische Versammlung sich getroffen haben und eben über die praktischen Probleme, die durch in dem Fall zunächst die Annexion der Krim entstanden sind, verständigt haben. Und das waren sehr konstruktive Gespräche nach dem, was ich darüber gehört habe. Der grünen Politiker Jürgen Trittin hat bei uns einmal gesagt, es gibt für ihn einen Unterschied zwischen Verständnis und Verstehen, was die Gegenseite angeht. Würden Sie diesen Unterschied auch machen? Ich glaube, im ersten Schritt geht es in der Tat um das Verstehen, also um die Gründe zu verstehen, warum jemand zu einer bestimmten Position kommt. Idealerweise folgt dann irgendwann im Laufe eines Konfliktlösungsprozesses auch das Verständnis, was dann dazu führen kann, dass man dann wieder am Schluss eine gemeinsame Position entwickelt. Ich hatte eingangs die humanitäre Lage in der Ukraine und auch bei den Flüchtlingen allgemein erwähnt. Wo liegt es da für Sie besonders im Argen? Also in der Ukraine ganz sicher bei der Situation derer, die aus dem Donbass geflohen sind und die im Augenblick keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, weil sie nicht entweder Rentner sind oder familienbezogene Sozialleistungen kriegen. Und die Ukraine hat eine hohe Arbeitslosenquote. Insofern finden die jetzt auch da, wo sie hingeflohen sind, keine neue Arbeit. Und ich weiß, dass also UNHCR und deutsche humanitäre Hilfe im Augenblick geleistet werden, eben für die Menschen, die tatsächlich zum Teil sogar ohne Winterkleider geflohen sind. In Russland habe ich weniger Informationen, ob es da möglich ist. Der russische Arbeitsmarkt nimmt ja ziemlich viele Gastarbeiter auf aus den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, die nicht zur EU gehören. Ob die einfache Arbeit finden und dadurch sich dann selber erhalten können, da habe ich nicht viel Informationen drüber. Da hat auch keiner von den russischen Kollegen im Europarat mir irgendwas erzählt, nachträglich oder so nach meiner Rede. Und wenn Sie sagen, Sie haben appelliert an die jeweiligen Parteien, also das heißt im Umkehrschluss, es müsste für Sie eindeutig noch mehr humanitäre Hilfe auch geleistet werden? Es müsste mehr Raum geschaffen werden für humanitäre Hilfe. Ich weiß, dass es inzwischen möglich geworden ist, was ich Ende Januar noch nicht wusste, dass UNHCR auch direkt im Donbass aktiv ist. Das ist zeitlich verhandelt worden, parallel zu den Verhandlungen in Minsk offensichtlich im Februar. Da habe ich jetzt einen Bericht darüber auch im Internet gefunden. Aber es ist nach wie vor so, dass nicht alle Menschen, die im Donbass verblieben sind, Zugang zu humanitärer Hilfe haben, nach dem, was UNHCR Anfang März veröffentlicht hat. Und humanitäre Hilfe ist ja immer auch nur die absoluten Basics. Das ist wirklich das reine Überleben und nicht irgendwie das, was wir als menschenwürdig ansehen würden. Sie selbst wählen als Konfliktlösung oder würden auch immer für die Konfliktlösung den Weg der Diplomatie wählen. Wie kritisch sehen Sie es da, dass ja die Ukraine trotz auch Bekenntnis zum Minsker Abkommen weiter aufrüstet oder das auch immer weiter ins Auge fasst. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, Einigkeit quer durch alle Parteien, dass man die Ukraine nicht militärisch unterstützt im Sinne von Waffenlieferungen oder Militärausbildung. Andererseits, nach den mir vorliegenden Informationen, haben auch die Aufständischen in der Ostukraine immer wieder versucht, sich zusätzliche Waffen zu verschaffen, sodass man auch in diesem Punkt an beide Konfliktparteien appellieren muss, kein Wettrüsten zu machen, sondern zu verhandeln und zu gucken, wie man den Grundkonflikt, den es ja nach wie vor gibt, um die Verfassung der Ukraine, um den Status der Oblasti im Osten der Ukraine, wie man den löst und nicht zu sagen, jetzt rüsten wir auf, damit wir die Waffenstillstandslinie nochmal verschieben können. Das kann keine Lösung sein. Das kann nur zu mehr Toten und mehr Zerstörung führen. Muss da eventuell Europa auch noch einmal auf die USA einreden? Barack Obama ist weiterhin auch gegen die Lieferung von tödlichen Waffen in die Ukraine. Im Senat sieht das Ganze schon wieder anders aus. Muss man da vielleicht weiter auch nochmal deeskalierend auf die USA einwirken? Also es gibt nach dem, was ich weiß, einen ständigen Dialog zwischen dem Auswärtigen Amt und den Partnern in den USA. Was im Augenblick schwierig ist, ist auf den Kongress einzuwirken, die offensichtlich schon in einer Art Vorwahlkampf sind und manchmal mit martialischen Forderungen Wahlkampf machen. Das sieht man ja auch in der Art und Weise, wie die im Augenblick mit den Nuklearverhandlungen im Iran umgehen. Kanzlerin Merkel und der ukrainische Präsident Poroschenko haben jetzt ein Außenministertreffen im Normandie-Format vorgeschlagen. Dabei soll es auch um einen internationalen Friedenseinsatz in der Donbass-Region gehen. Eine gute Entscheidung? Das hängt davon ab, wie der ausgestaltet werden soll. Da weiß ich noch keine Details. Aber generell das Treffen im Normandie-Format für Sie ein weiterer diplomatischer Schritt? Die Treffen im Normandie-Format haben sich ja auch für die zweiten Minsker Verhandlungen sehr bewährt. Und ich weiß, dass es auch ein Parlamentarier-Treffen der Parlamentarischen Versammlung der OSZE im Normandie-Format gab. Aber ich habe noch keine Ergebnisse davon. Blicken wir noch einmal auf Kiew. Angefangen haben die Unruhen, die aktuellen Unruhen, ja vor gut einem Jahr auf dem Maidan. Mit den Zusammenstößen auf dem Maidan dort auch. Der Europarat wirft aktuell den ukrainischen Behörden vor, die Ermittlungen zu den zahlreichen Toten auf dem Maidan zu verschleppen. Ist das vielleicht ja auch eine Behinderung des Friedensprozesses? Also es ist zumindest Teil des Friedensprozesses, diese Ermittlungen tatsächlich zu führen. Übrigens genauso wie die Ermittlungen in Bezug auf Adessa. Ja, aber es ist eine von vielen Behinderungen des Friedensprozesses. Ich würde es nicht als die entscheidende nehmen. Teile der Linkspartei im Bundestag sagen, die Bundesregierung müsste gezielt auf die Ukraine einwirken. Also einerseits, wie Sie schon sagten, bei dem Brandanschlag auf das Gewerkschaftshaus in Odessa. Auch was die Toten auf dem Maidan angeht. Ansonsten sollten Sanktionen gegen die Ukraine auch nicht ausgeschlossen werden. Ja, wie wichtig ist die Aufklärung für Sie? Und wie weit würden Sie ja bei Sanktionen gehen? Wie gesagt, also aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste, dass die Waffenschweigen, also die Waffenruhe, eben eingehalten wird. Und dass den Menschen, die jetzt nicht mal das Nötigste haben, geholfen wird. Die Aufklärung der Vorfälle auf dem Maidan und in Adessa ist, ich würde mal sagen, wenn man so eine Prioritätenliste macht, vielleicht auf Punkt 567. Wenn wir gerade beim Thema Sanktionen sind, wird ja immer sehr heiß diskutiert. Die Sanktionen gegen Russland sollen voraussichtlich im Sommer noch einmal verlängert werden. Aber Europa spricht ja, zumindest was diese Sache angeht, nicht unbedingt mit einer Stimme. Es gibt ein paar Länder, die nicht für eine Verlängerung sind. Griechenland zum Beispiel, auch Italien ist sich da uneinig. Ja, bröckelt da so ein bisschen in der Frage der Zusammenhalt? Nee, das ist, glaube ich, ein normales Verfahren innerhalb der EU, dass bei 28 EU-Ländern die einen sagen, wir haben die eine Meinung, die anderen wollen vielleicht sogar verschärfen. Ich glaube, auch da gibt es einzelne Stimmen und dann sieht man zu, dass man einen tragfähigen Kompromiss findet. Ich hoffe, dass bis zum Sommer noch einmal überprüft wird, ob wirklich alle Sanktionen aufrechterhalten werden müssen oder ob es eben von Seiten jetzt der russischen Regierung Schritte gibt zur Konfliktdeeskalation, wo man sagen kann, die könnten auch damit belohnt werden oder da könnte man damit reagieren, dass man einzelne Sanktionen nicht verlängert. Aber das muss sich bis zum Sommer zeigen. Dazu ist es, glaube ich, noch zu früh, da jetzt eine Prognose abzugeben. Also das heißt, wenn es weiter zu diesen Treffen, auch wie wir schon gesagt haben, im Normandie-Format kommt, wenn schwere Waffen abgezogen werden, wären sie auch für eine Lockerung? Wenn schwere Waffen so abgezogen werden, dass sie nicht innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen wieder hingebracht werden können, das wäre für mich ein Grund, um eben, ich sage jetzt mal, innerhalb meiner Fraktion und innerhalb der Ausschlüsse, in denen ich bin, für eine Lockerung zu plädieren. Und sind Sie, wie ich ja gerade eingangs schon gesagt habe, überzeugte Pazifistin, sind SPD-Mitglied. In der SPD gibt es aber auch durchaus Stimmen, die, naja, sagen wir mal, doch etwas kontroverser Richtung Russland schauen. Und zwar wird immer, auch mit Frank-Walter Steinmeier ganz vornheran, immer der diplomatische Weg hochgehalten. Aber so ganz mit einer Stimme scheint die SPD ja nicht unbedingt immer zu sprechen. Gibt es da auch intern manchmal Konflikte? Wir haben intern eine Debatte darüber, was die sicherheitspolitischen Konsequenzen aus dem Konflikt in der Ostukraine sind oder aus dem Krieg, wie man ja das ehrlicherweise nennen muss, und aus den Aufrüstungsprogrammen der russischen Armee, die ja lange vor dem Konflikt in der Ukraine begonnen haben. Da haben wir eine Diskussion, da haben wir noch keine endgültige gemeinsame Position. Und es kann gut sein, dass wir dann eine Mehrheitsposition haben, wo ich die Minderheit darstelle. Weil ich sage, ich teile das so nicht, weil ich zu denen gehöre, die alt genug sind, um das Wettrüsten der 70er, 80er Jahre mitgekriegt zu haben. Und die sagen, man hätte schon damals eben das Wettrüsten durch eine Abrüstungsspirale aufhalten sollen und nicht einfach immer Argumente suchen, warum die andere Seite vorgerüstet hat und man selber nachrüsten muss. Deswegen habe ich auch nie vom NATO-Nachrüstungsbeschluss gesprochen, sondern vom NATO-Doppelbeschluss. Wenn Sie auch gerade schon sagen, Sie haben natürlich auch den Kalten Krieg durchaus kritisch auch miterlebt. Wie optimistisch schauen Sie dann jetzt auf die Umsetzung von Minsk II? Oder anders gefragt, müssen Sie als Pazifistin optimistisch grundsätzlich auf eine Umsetzung schauen? Naja, auch im Kalten Krieg haben wir ja dann erlebt, dass 87 der INF-Vertrag geschlossen wurde, die Mittelstreckenraketen verboten wurden, die landgestützten in Europa. Wir haben auch einige Grundlagen, glaube ich, gelegt damals für das, was dann in den 90er Jahren an Abrüstungsvereinbarungen getroffen wurde. Insofern habe ich, glaube ich, auch Grund für einen gewissen Optimismus, weil man immer davon ausgehen kann, dass auch die anderen Verhandlungspartner sich an das erinnern, was in den 80er Jahren unter den Bedingungen des Kalten Krieges möglich war. Und deswegen sagen, eigentlich wäre es gescheiter, wenn wir gleich da anknüpfen, anstatt erstmal die ganzen 70er Jahre nochmal durchzuspielen. Mit allen Risiken, die das hatte, ja auch mit quasi Fehlalarmen und Ähnlichem im nuklearen Bereich. Das wollen wir eigentlich nicht wieder. Und insofern hoffe ich persönlich auch darauf, dass es zumindest gewisse Fortschritte gibt bei der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages. Ihr Parteikollege Martin Schulz hat jüngst gesagt, wenn denn Minsk 2 nicht umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann, dann muss es eben Minsk 3, 4 oder 5 geben. Würden Sie dem zustimmen oder sagen Sie, naja, mehr diplomatische Ebene kann es ja eigentlich jetzt nicht mehr geben? Also ich glaube, dass man, wenn ein Abkommen nicht hält, was wir aber im Augenblick nicht hoffen und wo es auch keine ernsthaften Indizien dafür gibt, dass man dann tatsächlich Minsk 3, 4 oder 5 versuchen muss, weil alle anderen Alternativen wären aus meiner Sicht nicht sinnvoll oder abzulehnen, um es schärfer zu sagen. Dann wollen wir auf jeden Fall hoffen, dass Minsk 2 umgesetzt wird, ohne erst mal auf 3 und 4 zu schauen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei der SPD-Bundestagsabgeordneten Ute Fink-Krämer. Herzlichen Dank. Okay, Ihnen auch herzlichen Dank.